Wie kann ich das bloß aufrechnen? Widerwachen! Ist das eigentlich ein Besen? Was kann ich denn jetzt mit dem Besen hier machen? Jetzt mal ehrlich, was kann ich hier noch machen? Hier gehört eine Art sternförmige Öffin. Ja, danke Öffin. Natürlich übersehe ich den Werkzeugkisten. Und die Sicherung lasse ich einfach mal. Geht das? Den kann ich noch gar nicht. Okay, ich muss erst mal hier Sachen finden. Und zwar diesen Wisch. Die Flasche. Die Handschuhe. Den Handbesen. Die beste hier. Die Gummistiefels. Die Gummistiefel. Die Gummistiefel. Wo seid denn die Gummistiefel? Den Helm brauche ich nicht. Aber das den brauche ich jetzt. Einen Eimer. Was macht der Hund hier? Waschmittel. Waschmittel. Den Lappen brauche ich. Den brauche ich doch. Und die Stiefelgummi. Und die Stiefelgummi. Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe nur die Hände hier. Ich sehe es wirklich gar nicht. Das erklärt einiges, warum ich es nicht sehe. Und. Hausmeisterkleidung. Verkleidungsmeister am Werk. Und nach. Ich bin der Hausmeister. Guten Abend. Wer achtet schon auf? Außer mir. Gut. Ich will mich retten. Apropos rechnen. Die Kabel könnten nützlich sein. Kabelkiller. Hier spielen zwei Gummibärchen. Tolles Modell. Es fehlen nur die Wachen. Aber die schlafen gerade. Der Aufzug funktioniert nicht. Und ich mache wirklich einen Hausmeister. Ich brauche einen Schraubenmodifikator. Um da ran zu kommen. Ich brauche Voodoo Kräfte. Um da ran zu kommen. Ich brauche. Und ich brauche erstmal nach unten. Dann gucke ich mal kurz hier. Oh Gott. Achso. Ich brauche hier definitiv einen Code. Nee, du musst nur. 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also die Reihe wäre voll. Kann nicht. Was haben wir hier? Außer Plastiksprengstoff. Okay. Ich dachte eben, es wäre wirklich Plastiksprengstoff. Dann hätte ich mich aber geärgert. Natürlich ist das verschlossen. Da warte ich auch, dass hier einmal alles offen steht. Nur weil es vorhin ein paar Mal offen... Nein, warte. Okay. Das Rätsel finde ich lustig. Das Malen. Aber er will nicht malen. Wir brauchen definitiv erstmal einen Code dafür. Passiert was, wenn ich hier schon mal eine Figur hinstelle? Ja. Das war mein Schlüssel. Für den Aufzugkasten. Ach, die zweite Figur. Das Kabel brauche ich also wirklich. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Eine andere Tür auch. Und dafür brauchst du jetzt den Code. Hm, 7, 8, 9, 10. 11. 11, meine ich. Wir haben auch 11 hin. So, dann ist da außen schonmal... Alles klar. Herr Kommissar. 11 minus 2 sind 9. Das heißt... Ka-ching. 6, 7, 8, 9. Okay, es sind nur 10 nach oben. Also hier ist einer nur. Gut. Hier sind es 5 am Stück. 1, 2, 3. Hier sind es 9 am Stück. 5, 5, 5, 7, 8, 9, 10. 4, 9, 10. 5, 3, 4, 3, 4, 5, 1. Champs, 8, 11, 10 bis 20, 13. liegen. Kann ich hier schon mal knipsen. Also gehe ich hier nach oben, knippe es hier in den Strom ab. Ich dachte du baust jetzt die Lampe richtig ab und nimmst dann das Kabel raus, aber okay. Wir brauchen hier nur einen halben Meter. Warum hast du das nicht mit Band gebandet? Dafür braucht ihr jetzt kein Band. Auf zu den letzten beiden drei Räumlichkeiten. Oh, bevor ich das vergesse. Jetzt gar nicht. So, zwei Räume noch. Nein. Okay, doch. Hallo, hier ist der Hausmeister. Ich würde gern ... Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Okay, Farbkodierung. Ich brauche hier 115, habe aber nur 118. Das heißt, er hat 40, er hat 60. Ach so, das 810 habe ich jetzt. Okay, ich brauche also einen mit 35 weniger als er da. Oder braucht der da 35 weniger? Wie kriege ich da 80 hin? Gleichzeitig hier 100 hin. Okay, wenn ich da mit 90 ankomme, ist eh vorbei. Die 90 müsste also irgendwo sein, wo über 100 gebraucht wird. Die 25. Was braucht der hier? Jetzt habe ich die 5er für grün. Sekunde, ich habe jetzt hier 90 und hier ist eine 40. Da muss aber eine 10 hin. Ich muss die mal kurz untaschen, ja. So, jetzt habe ich hier 25. Das heißt, da muss die 75 rein. Damit das schon mal 100 ist. Jetzt sind hier 80 drin. Wenn das hier 75 ist, dann muss die 5er hier rein. Dann passt auch das da. Ja? Passt hier eigentlich alles. Außer das... Na, passt. Außer das da oben jetzt 65 sind. Okay, hier passt das aber auch. 45. Das heißt, der grüne ist 5 und ich brauche den 25er. Der 25er ist der gelbe. Dann passt das hier schon mal. Da muss ich die wahrscheinlich auch noch tauschen. Das ergibt keinen Sinn. Die 25er. Und die 75er ergeben... Zu viel. 25 und 75. Okay. Okay. Okay, hier gebe ich auch unten. Dann sind das nur 60. Dann sind das hier wieder 5. Okay. 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 Und jetzt mal. Die 25er hätte ich da haben. Ne? Also jetzt aber... Was hier du hast da? Die anderen kommen? 5 und 75 wenn die 80 ich wollte aber 95 95 blau ist die 90 grün ist die 5 keine ahnung was sie da gerade aber egal ich hab's geschafft jetzt kommt hier im nächsten raum und sammeln was hast du deine warte er fährt doch nicht mit dem pöbel hoch ich komme nicht an der schlitz ist zu eng hat sie man selten hat ein wimmelbild ich brauch den stern den komischen smiley den ich irgendwie schon wieder cool finde ich brauch eine harte eine 8 eine feder inhalt und ok war doch die gleichkürzer weg hofeisen magneten dann nehme ich den hut beiseite nehme das butterfly daraus und ich gehe hier beiseite und dann habe ich den schlag jetzt habe ich den griff mit dem griff mache ich hier was auf ich glaube der strom hat etwas mit der elektricität ja sperren wir ihn da oben ein eine ich muss die drückgeberhandene sicherung mit heilen ersetzen haben wir hier heile sicherung drin und das alles nur damit mir gleich der sicherung durchbrennen wenn ich mich mit dem oben beschäftige ich auch weil sonst hätte ich das ganze umsonst gemacht keine fahrstuhlmusik komm in komm in lieb oder not i admire you i can see all those losers ain't been able to stop you from getting here so i have a proposition for you come work for me i surely need a guy's capable as you are i didn't come here looking for a job in fact my future looks brighter than yours ha 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 slow down friend that's no way to treat somebody who's offering you a job maybe you need a little bit more negotiation well 100,000 be enough it has nothing to do with money neither of these things can bring Barbara back are you really going to pull the trigger because of her silly silly boy okay let's measure our strengths konzentration do goh 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 Take care. Ja. Das war Noir Chronicles Stadt des Verbrechens. Die Sammler-Edition. Entwickelt von Brave Giant Games, Brave Giant Studios, wie auch immer sie gerade heißen. Ein wunderbares Spiel, eine schöne Geschichte, ein paar Rätsel, die zum Schande Repertoire gehören. Aber eine schöne Geschichte, eine Rache, eine Frau, die gestorben ist, die es irgendwie geschafft hat, sich fast mit dem Millionär zu angeln, das mit dem Leben bezahlt hat. Zu uns gebracht von Artifacts Mundi über Steam. Wahrscheinlich gibt es auch noch eine Edition mit einer CD und so. Und wir gehen natürlich gleich direkt rüber in das Bonus-Kapitel, wo es darum geht, wie die Frau die beiden getroffen hat. Ich habe keine Ahnung, worum es da gehen wird, aber ich werde es auf jeden Fall direkt im Anschluss spielen und nicht weglaufen. Spark Casual Engine, die ich gerne mal kennenlernen möchte, wie das zu programmieren ist. Da kommen dann noch Copyrights-Invise durch. Ich wusste auch wieder ein bisschen durch. Und dann geht es gleich weiter. Ich muss auf den Klo. Naja. Es gibt es auch schöne, viele weitere Spiele von Artifacts Mundi, die die meisten habe ich. Ist egal. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge Sachen hier, die man noch spielen kann. Ich habe keine Ahnung, warum da jetzt dieses hier kommt. Iron Curtain. Iron Curtain ist von Artifacts Mundi. My Brother Rabbit. Sind die nicht von... Wie dem auch sei. Das war genug Werbung. Ich habe die Bonusgeschichte freigeschaltet. Die werde ich doch gleich mal spielen.